So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play KKNT 2. Ich habe mir überlegt, wir landen mal einfach hier zwischen. Mal sehen, wie ihm das gefällt. Wir verlieren vermutlich unser Flugzeug, aber er glaubte eigentlich auch Probleme haben damit. Antrieb gestartet. Bewegungsdaten empfangen. Erwarte Instruktionen. Verbunden. Das war auf jeden Fall teuer für ihn. Zwei Lasertürme und das Ding. Er hat übrigens ein neues gebaut, ja, in der Zwischenzeit. Wow, ihr seht ja selbst, das ist fast runtergebrannt gewesen. Trotzdem. Mag ich nicht, dass er da jetzt nochmal eine Quelle hat. Dementsprechend. Ne, 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 nicht in das fast tote Ding. So, schnell hier rein. Vier Rechen. So, und dann haben wir den Menschen eigentlich auch. Ja, jetzt baut er noch einen Laserturm, genau. Erwarte Instruktionen. Da bin ich gespannt, wie er den finanzieren will, nachdem ich ihm die Quelle zerstöre. Also seine einzige Chance ist, wenn er jetzt nochmal schafft, hier schnell ein Ding drauf zu bauen. Aber das ist auch so wenig Geld, was er dafür bekommen würde. Das lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Also er ist eigentlich schon tot. Antrieb gestartet. Transfer eingeleitet. Aber, naja. Online. Antrieb gestartet. Gestammte Instruktionen. Starten empfangen. Bewegungsdaten empfangen. Verbunden. Transfer eingeleitet. Empfangen. Und Party. Batsch. Kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange brennt. So, machen wir die Schwindigkeit hoch hier. Empfangen. Hui. Hui. Ja, also, ich baue mir jetzt mal wieder eine kleine Angriffsarmee auf und sowas. Das mache ich ja alles offscreen, weil... Verbunden. Antrieb gestartet. So, in der Zeit denke ich mir aufs Aus. Hier werden wir wahrscheinlich auch gleich mit Kondikas sein kriegen. Was gleich denn. So, Leute. Der hat gerade ein Flugzeug angegriffen und ist vorher hier reingestürzt. Deswegen muss ich das Ding neu bauen und die beiden. Dadurch, dass wir eigentlich gar kein Geld haben aktuell, ist das natürlich eine ziemlich miese Geschichte. Antrieb gestartet. Wir haben aber drei Großartillerien. Bewegungsdaten empfangen. Transfer eingeleitet. Zerstören. La, la, la. Ändere Position. Zerstören. Baum. Wuhu. Antrieb gestartet. Transfer eingeleitet. Eigentlich war das jetzt mehr ein Scherz. Aber scheinbar kann er nicht drüber lachen. Transfer eingeleitet. Ich wollte nämlich eigentlich das Lager der Menschen zerstören. Und mir ist auch gefallen, dass das war eine gute Geschichte, das wir gemacht haben. Wenn wir nämlich das Lager der Menschen haben, können wir hier oben die Schnitter bauen, hier langschicken. Und hier auf diesen Hügel platzieren, den ich als erstes erobern will. Der etwas höher gelegen ist als sein Lager. Zerstören. Äh, 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 die sind teuer. Pass auf, was du machst. Ausschalten. So ein Arsch. Kein Respekt vorm Eigentum anderer. Äh, es geht gar nicht so. Ich... Er scheint zu meinem Lager zu kommen und nicht zu meinen Viechern. Ja, los, schießt. Nichtsdestotrotz. Und ich lieber mal ein bisschen was zum Wegfahren hin, damit wir die Haie nach Hause bekommen, wenn es notwendig wird. Könntet ihr auch mal schießen? Mir geht gerade die Flagge auf den Zünder. So. Aktiviert. Uuuh. Transfer eingeleitet. Transfer eingeleitet. Ändere Position. Oh, doch nicht. Erwarte Instruktionen verbunden. Erwarte Instruktionen. Verwarte Instruktionen gestartet. Verwarte Instruktionen gestartet. Okay, es war ein bisschen überrascht, doch. Ich will doch den Schlag hier mal loswerden. Bestätigt. Starte Wutprogramm. Ihr seht, das wird jetzt hier ziemlich langweilig gerade. Starte Wutprogramm. Bambambam. Auch nicht so langweilig, dass ich es schneiden möchte. Starte Wutprogramm. Starte Wutprogramm. Starte Wutprogramm. Eliminieren. So, die wollen wir aber loswerden. Doove Laserkanone. So, eigentlich, wenn die Laserkanone weg ist. Jo, dann haben wir hier nichts mehr zu befürchten. Okay. Dann haben wir genug aufgeräumt. Mehr braucht man nicht. Wir mussten nur Laserkanone fertig werden. Jetzt können die Schnitter hier durchfahren. Da ist ja nichts mehr, was wir befürchten müssen. Wenn wir mal den Schnitter haben, wieder. Okay, schneid jetzt mal. Und dann fange ich an, den Angriff zu planen. So. Mal kurz das Ding hier beseitigen. Geht doch nicht. Okay, okay. Dann lassen wir es. War ja nur ein Versuch. Befehl initiiert. Bestätigt. Empfange. Transfer eingeleitet. Antrieb gestartet. Transfer eingeleitet. Okay. Schade eigentlich. Dober Ton, den will ich nicht sehen. Naja. Dann kommen wir noch nach einer anderen Variante. Empfange. Antrieb gestartet. So. Transfer eingeleitet. Antrieb gestartet. Nein, nein. Online. Aktiviert. Online. Antrieb gestartet. Verbunden. Zerstöre. Verbunden. Boom. Genau. So wollte ich das. Antrieb gestartet. Ändere Position. So und jetzt will ich das hier lang. Hier runter. Nach hier. Und hier hinauf. Schnittert war. 1.500 so ein Ding. Na gut, das sind wert. La 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 la. Erwarte Instruktionen. So, jetzt auf den ersten Schnitter kommen. Ja, jetzt geht's los. Ich schneide mal, bis die ankommt. Empfange. So, Leute. Der erste Schnitter kommt jetzt an. Ich hab in dem Flugzeug auch eine Reparatureinheit. Empfange. Aktiviert. Erwarte Instruktionen. Erwarte Instruktionen. So. Zerstören. Zerstören. Ausschalten. Ziel erfahren. Zerstören. Zerstören. Ziel initiiert. Eliminieren. Geschaltet. Schwerb nicht hin. Perfekt. Ihr seht, warum Schnitter wirklich das sind, worauf man sich verlassen kann. Eliminieren. Also das ist wirklich, ich bin mir immer nicht so richtig einig, was mir besser fällt, Schnitter oder Juggernauts. Auf jeden Fall, die Schnitter, dadurch hat die Serie 9 überhaupt ihre Daseinsberechtigung. Ihr seht mal, wie schnell die produziert werden, weil die Abstände sind ja so gering, wenn man Geld hat, ja. Muss man dazu sagen. So, wir sind gleich hier. Erwarte Befehle, starte Wutprogramm. Entfangen. Erwarte Instruktionen. Transfer eingeleitet. Transfer eingeleitet. Verbunden. Antrieb in der Position. Er muss ja leider schon rückwärmt werden. Nein. Das ist nicht euer Ernst. Okay. Entfangen. Empfangen. Alle nach Hause flachshöhen. Transfer eingeleitet. Bewegungsdaten empfangen. Das lasse ich mir nicht versauen. Empfangen. Ändere Position. Okay, solange wir es langsam lassen, durfte nichts Schlimmes passieren. Ändere Position. Ändere Position. Okay, die drei müssen relativ zackig hier. Benötige Info. Erwarte Instruktionen. Oder wir lassen die Flachs fahren. Das dauert auch 100 Jahre. Und die Transportflugzeuge sind auch purisch langsam. Meinst du mich? Ja, wir versuchen es mit den Transportflugzeugen. Empfangen. Empfangen. Aktiviert. Na los, Leute. Achso, jetzt fliegt er da oben hin. Ist das ein Bastard. Empfangen. Das wäre so auf dem Weg schon abgefangen, mit dem Flach. Wie schnitter. Empfangen. Ändere Position. Online. Tatswär eingeleitet. Ändere Position. Benötige Info. Empfangsbereit. Befehl initiiert. Okay. Online. Online. Gestartet. Ändere Position. Empfangen. Antrieb. Gestartet. Erwarte Instruktionen. Gestartet. Die drei mussten reichen. Empfangen. Bewegungsdaten empfangen. Online. Gut, die Schnitter kommen dadurch natürlich ein bisschen kaputter an, aber... Ändere Position. Das dürfte nichts machen, weil wir können sie ja gleich reparieren, wenn sie ankommen. Bewegungsdaten empfangen. Ändere Position. Und dafür ärgern wir uns richtig. Bewegungsdaten empfangen. Bewegungsdaten empfangen. Benötige Input. Befehl initiiert. Warum stehen hier Schnitter? Verbunden. Ändere Position. Erwarte Instruktionen. Starten empfangen. Empfangen. Antrieb gestartet. Verbunden. Empfangen. Ändere Position. Gestartet. Online. Ändere Position. Empfangen. Transfer eingeleitet. Antrieb gestartet. Verwunden. Ändere Position. Erwarte Instruktionen. Verbunden. Endere Position. Transfer eingeleitet. Online. Bewegungsdaten empfangen. Antrieb gestartet. Empfangen. Gestartet. Erwarte Instruktionen. Online. Online. Also wenn er nicht anders will, stelle ich ihn hier über all Flaxen. Verwarte Instruktionen. Verwarte Instruktionen. Verwarte Instruktionen. Empfangen. Ändere Position. So. Online. Empfangen. Antrieb gestartet. Transfer eingeleitet. Wo wollen die eigentlich hin? oh meinst du mich hat ihn erwischt so und du bitte hierher schnitter sind übrigens enorm allergisch das solltet ihr beachten ja wieder mal so ein schnitter der halbtot ankam aber perfekt jetzt brauchen wir uns keine gedanken mehr machen jetzt können wir jetzt können wir die großartillerien holen empfangsbereit und die müssen auch erst mal reparieren antrieb gestartet antrieb gestartet verbunden empfangen ähnter position verbunden ja sind alle ein bisschen angeschlagen aber na gut wir werden die schnitterproduktion mal runterfahren so ich habe gerade gesehen wir haben schon wieder eine viertelstunde voll also sage ich mal sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis denn bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin